Liebe Bürgerinnen und Bürger, Demonstrationsrecht, das Recht, die freie Meinung zu äußern, sich zu versammeln, ist ein elementares Grundrecht unserer Demokratie. Und es ist schön, dass die Corona-Pandemie es gerade zulässt, dass wir das auch im verstärkten Maße wieder machen. Zugleich ist der Gesundheitsschutz und der Infektionsschutz elementar. Das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit ist auch ein Grundrecht und beide Aspekte müssen wir zusammenbringen. Das heißt, wenn Sie in der Stadt Augsburg zu Versammlungen gehen, zu Aufzügen oder auch Demonstrationen, dann achten Sie bitte auf die geltenden Abstandsregelungen, nutzen Sie gegebenenfalls Mund-Nasen-Schutz und beachten Sie vor allem bitte die Hinweise der Versammlungsleitungen und der Polizei. Vielen herzlichen Dank.